Shadow 2, hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht das aus? So weit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe dich verabschiedet. Und die Schmerzen ist weg. Es gibt niemanden. Wie ist das? Ich habe mich überraschend. Was ist das? Ich bin ein Verzüger. Ferech? Ich bin nicht so, aber... Und Leili? Diese Luftwaffe ist sicher sehr wichtig. Natürlich. Nach vielen Jahren, ich bin ein Zählstang. Wir leben in unserer Leben. Ich bin ein Verzüger. Ich mache alles vor dir. Wir bleiben hier. Wir sind alle mit dir. Natürlich. Dina! Die Böden! Die Böden! Shadow 1 an Kilo, bitte komm! Kilo, Fahrer, du willst mit! Hier ist Kilo. Das war eine Falle. Dina ist tot. Das ist Conny. Sie sind überall, Commander. Die Raketen. Sie wollen die Raketen. Wir dürfen das nicht zulassen, Fahrer. Ich brauche Waffen. Such Container mit dem Shadow-Logo. Darin findest du alles, um Conny zu bekämpfen. Ihr habt mehr als nur Raketen geliefert. Viel mehr. Zu deinem Glück. Was ist jetzt passiert? Conny ist alarmiert. Pass auf. Das ist nichts. Ich würde sagen, sie kennen deine Position nicht. Nimm dir aus den Containern, was du brauchst und sichere die Raketen. abfliegen. Was ist denn? Achtung. Du könntest aufgeflogen sein. Die haben dich wohl gefunden. Sieht wie eine Moskite-Drohne aus. Die 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 Senderer müssen hier sein. Die Moskite-Drohne aus. 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 Stellen wir sicher, dass Sie dafür bezahlen. Ihr Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Macht Sie für uns beide fertig, Pfarrer. Sie auf dem Tisch nach, da könnte sie sein. Keine Spur von Überlebenden, nur Blut vergessen. Das waren Unschuldige. Die Raketen sollten das verhindern und nicht herbeiführen. So ist das Geschäft manchmal. Die Sender sind nicht versteckt, sollten leicht zu finden sein. GPS-Endebbel in meiner Hand. Sehr gut. Jetzt geht zum Turm und hol die Frachtliste. Die Hälfte der Toten sind Dinas Arbeiter. Urezigstan war frei von solcher Gewalt. Conny brachte sie zurück. Die Conny-Gruppe ist voller Kriegsverbrecher, Pfarrer. Sie zieren oft auf Zivilisten. Die Frachtliste verrät uns ganz genau, wo diese Container sind. Ich glaube, du bist aufgeflogen. Thatá ist gut. Wir brauchen die Fisch für uns! Stop sniping! Bleib außer Sicht, Conny ist auf der Jagd. Los jetzt, hol dir die Liste, wovon Conny ist tot! Der Shadow Container ist entriegelt. Der tentar ist nicht einfach! Die Tür ist entriegelt. Der König ist ein Pferd. Die Tür ist ein Pferd. Der Schlauch 我ftig ist ein Pferd. Der Schlauch wird nun mal ein bisschen. Und der Schlauch wird auf der Drehaufstation. Zeitliche Schüsse! Such nicht Blinden auf den Containern! Finde die Liste! Nähere mich dem Turm! Sie sind hier! Lass dich nicht sehen! Sie sind hier! Konny, komm zu dir, Fahrer! Was ist das? Was ist das? Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Nein, ich bin hier! 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 Arthur! Ich bin hier! 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 습니다. Ich schaue oben und unten nach und finde beide. Kilo an 3-1, wie ist dein Status? Wir halten sie auf, aber sie haben Verstärkung auf dem Weg zu dir. Ich kümmere mich um sie. Halt die Stellung, Alex. Ich brauch dich am Leben. Ich dich auch, Kilo. Echo Ende. Moxia! Feindliche Schüsse! Conny ist auf der Jagd. Passt da draußen auf dich auf. Wir müssen diese Sender platzieren, bevor Conny mit den Raketen abrückt. Sie haben dich wohl gefunden! Guter Angriff, Fahrer. Bleib dran, Fahrer. Wir müssen rauskriegen, wo diese Conny-Arschlöcher unsere Raketen hinbringen. Pass kurz auf! Sie alarmieren den ganzen Hafen! die Stiliab schnpflichtin. Halt. Du n pelst um Aut siehe? Du packst uns auf das Richtung schon so schnell fast. Ohne die Sender werden wir die Raketen nie wiedersehen. Hau rein, Kino! Gut ausgeschaltet, Kilo! Bleib dran, Fahrer. Wir dürfen Conny nicht verschwinden lassen, ohne diese Raketen verfolgen zu können. Sie durchsuchen das Gebiet. Sei leise. Nimm dir ruhig unsere Ausrüstung. Besser du als Conny. Conny darf nicht abhauen, bevor wir die Sender platziert haben. Gehe zum ersten Raketencontainer. Conny kommt zu dir, Fahrer. Besser! 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 Tidd Titeln! Besser! Besser! In Bewegung! Geh hoch! Platziere den Sender, Kilo. Mach schneller! Ich glaube, du bist aufgeflogen! Ich schaffe ihn. Ich bin in die Stange! Ich schande ihn! Ich bin herausfägt! Ich schande ich! Ich bin der rot Ich schande ihn! Der Mann, du hast einen Paternitzel. Der Mann, du hast einen Paternitzel. Der Mann, du hast einen Paternitzel. Er ist ein Paternitzel. Bring den Sender an, wir haben schon eine verloren. Atakujte! Ich bin am Steuer. Ich bin am Steuer. Ich bin am Steuer. Ich bin am Steuer. Bring den Sender an, Kilo. Die Zeit läuft. Der Container ist da oben. Wir suchen nach dir. Bleib unauffällig. Conny, komm zu dir, Fahrer. Wir sind hinter dir her. Lass dich nicht sehen. Kilo, platziere den Sender. Alle Stationen, letzter Sender aktiv. Conny haut mit beiden Raketen ab. Bestätigt. Du hast erreicht, was wir mussten, Fahrer. Das Übrige wird folgen. Echo, alles gehört? Laut und deutlich, Fahrer. Conny bricht auf. Sie haben, was wir wollten. Wir sind am Leben. Es ist noch nicht vorbei. Echo und Kilo, bist du okay? Alles okay. Komm her. Roger. Unterwegs zu dir. Sabine, Yadina. Rachaleon, Yidfautumen. Bordek. Commander. Unserer Raketen dienten der Abschreckung. Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses Land. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Ich begleite dich. Nein. Kümmere dich um die Toten und alarmiere die Truppen. Russland ist zurück in Urzistan. Shadow Company ist mit verwickelt. Sie wollen sich ja auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Bis zum nächsten Mal.